Georg. Ja, mein Schatz. Ich oder Elden Ring. Ten out of ten Elden Ring, natürlich. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Kostüm bei DEF und ich habe meine Fails für euch, aber einfach nur die Tode. Challenges in Elden Ring sind so interessant, vor allen Dingen No-Deaf-Challenges, weil es so schwer ist, genau das zu schaffen. Und wenn dann die Spannung am höchsten ist, man trotzdem stirbt, dann ist das irgendwie ehrlich mit einer lustigen Reaktion verbunden. Und davon haben wir jetzt einiges gesammelt und hier für euch, er wird so mitlachen. Kuss geht raus. So, weil wenn ich hier... Ne, ich muss nicht springen. Okay, ich habe nichts gesagt. Okay, ich gehe nochmal drauf. Oh, ich hätte gedacht, dass er jetzt zurück angreift. Schade. Äh, what? Hä, wait, wait, was? Ich habe doch gesehen, dass da... Okay, lol. Alright, chat. Oh, Mann. Die sind richtig... Äh, äh, ähm, angeordnet. Alright, neuer Run. Let's go. Weiß ich auch ganz genau, wo du bist. Das ist schön. Echt? Hier warst du schon? Natürlich. Schade. Okay, ich habe etwas mit 1300 Spielstunden erlebt, was ich noch nie erlebt habe. Vier Gegner, die ineinander steckten, exakt die gleiche Attacke gleichzeitig gemacht haben und mich one-shotted haben. Was ich gerade am meisten mag ist, ähm, ich komme in die zweite Phase und es ist nur noch verteidigen, verteidigen, verteidigen. Einen Moment. Einen Moment. Äh, eine noch. Da sind... Da... Diese eine Attacke ist so dumm. Ich brauche irgendwas dafür. Ja, aber das... Digga, das kann nicht sein. Das ist so... Ach, ich bin so sauer, dass ich wieder so eine... Baumann. Das ist einfach der falsche Gegner, um, äh, ein Schild einzusetzen. So... Ich kann nicht einmal zuhauen. Einmal zuhauen und die trifft mich danach. Oh, ich muss wohin gehen. Nein. Nein. Chad. Das kann nicht dein Ernst sein. Das kann nicht dein... Das kann nicht dein Ernst sein. Okay. Was war... Was hat mich... Warte mal. Was hat mich getötet? Wait. Was? Bro, kann ich irgendwann mal ausweichen? What the fuck? Einmal nicht in den Chat gucken, sagt ihr. Oh, und tot. Ein Abnach, äh... Salte. Eine Boomensruhne. Noch... Wow. Bro. Das kannst du keinem erzählen, dass hier ein Unsichtbarer ist, der mich tötet. Boah, ist der nervig stark. Mal sehen, was das macht. Äh, okay. Okay. Nein. Oh mein Gott. Was? Come on. Ja, es ist genau das passiert, was man dachte da. Einfach daneben geschlagen. Okay, wir haben ein Problem. Ich hab mich ein paar Mal treffen lassen. Das war ein Ding. Er ist halt... Das ist unfassbar, wie sehr er nervt. Der Kleine. Alter. Ja, ich bin gleich tot. Ah, this one hurts shit. Ähm, okay. Wow, die Kamera! Was? Ich hätte nicht einfach runterspringen können oder so? Doch. Oh. Oh, Chat. Oh, oh. Oh. Äh, hello, Glitch? Dann schauen wir mal, wie sieht es jetzt hier aus, Chat. Wie ist der Ast? Kann man... Oh mein nein. Genau sowas willst du nicht sehen, ne? Genau sowas. Ja. Keine Ahnung, man. Äh. Nein. 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 Wow. I feel robbed, shit. Oh, ist das nervig. Was ist das? Also der Kampf ist ja nicht schwer oder so. Ist ja einfach nur nervig. Wait, haben meine Summons mich gerade selber verletzt? Wir kämpfen gegen das Moose, was ich heilen kann. Ich bin jetzt ehrlich. Ich gehe davon aus, dass ich maßlos overleveled bin und das Moose komplett auseinanderhauen werde. Nein. Und die, die wichtigen Bosse, die droppen auch wichtige Sachen. Ach du, ich fühle es in Ruhe. Waaah! Das kann ich dein F*** ernst sein, warum? Okay, das muss ich gar nicht. Äh. Oh, ich bin gestoppt. Waaas? Waaas? Fuck. Nicht ganz. Okay. Ah, ich muss mich aber erst heilen. Also, leider ein bisschen alles schief gelaufen gerade. Ja, okay. Schade. Meine Schuld. Das hat einfach alles schief gegangen. Es ist der Wechsel gewesen. Egal. Was ist das? Es ist das Sicken. Äh. Aber jetzt sterben wir schon. Nein, Schade. Ja, komm. Äh. Wir haben ja gesehen, dieser Comet Charles, oder wie das hieß. Den haben wir noch. Der braucht 36, also können wir den auch benutzen. Nein. Boah, wir haben im übelsten Glück damit dann gehabt. Wir waren weit genug weg, I guess. Aber, boah, sieht das scheiße aus. Ah, schade. I can't do anything. How is that? Wie, soll man das gewinnen? Ich verstehe gar nicht, warum das so unfassbar schwer ist. Bro, du hast zwei Gegner, die dich durchgehend gleichzeitig angreifen. Die sind stärker als alle Gegner, die ich bisher hatte. Oh, ich kann, wow. Ich hab gewollt, damit das keine Ausgabe war, guess. Ich kenn das nicht, ne? Was soll der Sch***? Das heißt, nur nach Bulls angefühlt, ne? Wie lange wir schon nicht mehr in Keylet waren, Mann. Furchtbar, oder? Au. Bro, was ist das für ein... Oh, mein Gott, Digga. Loretta. Okay, wir nehmen. Nein, der Revenant ist reingekommen. Ja, 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 natürlich! Ja, natürlich, ja, 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 ja. Würdest du mich ver- Ich glaub, das war der unfassbarste S***, den ich hier erlebt hab. Wow! Okay, also unter anderem hab ich wegen, äh, der nächsten Stelle mehr Leben mitgenommen. Oh mein Gott, ernsthaft, ne Hand? Ich seh keine zu schlimmen Gegner. Das sieht sogar ziemlich gut aus. Okay, wir haben diesen einen Typen hier vorne. Oh nein. Aber warum kann die... One-Shot. Ich bin One-Shot. Und das kann's gewesen sein. Oh. Was ist denn das für eine Attacke? Ich bin gegen Eldenbeast gestorben, während er ein HP hat. Ich hab die Attacke noch nie gesehen. Mal sehen, was ich hier das mache. Auch ordentlich. Kann man so jemanden parieren? Nein. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Was ist das? Oh mein Gott. Wir haben einen neuen Rekord. Eine Minute 18. Und das war's. Fast. Ich kann... Oh mein Gott, wie... Nein. Wie lange hat er gerade seinen Stab angeguckt? Woh, wie steppt. Warum guckt er seinen Stab so lange an? Ist okay. So viel Schaden macht er nicht. Aber krass, warum kriegen wir den nicht? Oh nein. Nein, nein, nein. Er macht's wieder. Du kannst nichts machen. Du kannst... Nein. Was? Also kannst du mir kurz sagen, was ich dann machen soll? Wenn du weit weg von ihm bist, macht er diese Attacke und ich weiß nicht, wo ich hin ausweichen soll. Okay, das hat Genugtuung vor, oder? Alle drei auf einmal? Oh mein Gott. Also im Idealfall werde ich das Alabaster's Lord Sword nie benutzen und wir werden damit sehr lange noch spielen. Oh Gott. Nein. Ich toh. Ich bin gerade so eine Röhre runtergefallen. Das ist geistern. Nein. Oh, ich sterbe trotzdem. Ja, wird trotzdem getroffen. Oh nein. Was? Also wirklich der letzte Bot, was ich gerade gemacht habe. Das kannst du mir nochmal erzählen. Nein, was passiert? Oh mein Gott. Ernsthaft? Einfach kassiert. Einfach kassiert. Bro, ich habe nicht mal eine Chance gehabt. Die. Mach einmal was Gutes in deinem Leben und stirb. Okay. Chat, danke schon fürs Zuschauen. Nico Feisler, danke für die 19 Monate. Ich hau mich raus. Ich will Fußball gucken. Auf Wiedersehen. Was für Heilen. Digga. Ich habe nur Ihre Zeit über Juda durst Activiert.